Hey und herzlich willkommen zu Part 3 von Let's Play The Sims 4 Become Human! Wir sind hier wieder zurück mit unserem wunderbaren Kalem! Und in dem Moment, wo ich dieses Video aufnehme, ist auch endlich der erste Part online gegangen und ich habe eure Kommentare lesen können und ich muss ein riesengroßes Dank aussprechen. Vielen, 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 vielen Dank für euer wahnsinniges Feedback. Ich weiß, dass so neue Anfänge immer schwierig sind und alle erstmal so dachten, was kommt da, was tut sie da, aber dass ihr euch auf so etwas Neues und Andersartiges, sag ich mal, einlasst, freut mich einfach so unglaublich sehr. Also wirklich von Herzen Dankeschön für das ganze Feedback unter dem ersten Part. Der zweite ist jetzt noch nicht online, deswegen kann ich Sachen da jetzt noch nicht berücksichtigen, aber ich freue mich so sehr, jetzt wieder hier zu sein und heute weiterzuspielen. Ihr habt natürlich wieder jede Menge coole Ideen dagelassen und ich habe schon gegen eine meiner Regeln verstoßen. Also es ist einfach alles wie immer. Deswegen würde ich sagen, starten wir rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Also hier vor uns sehen wir unseren sehr erschöpften Kalem. Er sei einfach erschöpft von seinen ersten Tagen hier auf der Erde. Im letzten Part haben wir ja tatsächlich ein bisschen Fortschritte machen können. Wir haben unsere Bauerlaubnis erlangt und wir haben auch die Logikfähigkeit auf Level 3 gebracht. Ich habe ja hier mein Handy-Dandy-Listen-Tool bei Hand. Also hier haben wir das schon einmal abgehakt, dass wir das schon erreicht haben. Und bei der Geschicklichkeit geht es auch ganz, ganz langsam voran. Also ich bin sehr gespannt, wann wir unser erstes Haus bauen dürfen. Und Kalem hat auch in der Charisma-Fähigkeit einiges erarbeiten können. Er ist da jetzt schon Level 2. Das heißt, er kann zumindest schon mal Sul-Sul sagen. Und hat deswegen beim letzten Mal schon hier zwei Leute kennengelernt, Anaya und Tim. Er kann aber natürlich noch nicht weiter mit ihnen reden, weil er noch nicht weiter menschlich sprechen kann. Es hatten auch ein paar geschrieben, dass es ja diese Mod gibt mit der Sprachbarriere. Das hatte ich auch schon auf dem Schirm. Aber ich glaube, dass sich das jetzt tatsächlich nicht mehr so lohnt, weil ich mir vorstelle, dass er halt jetzt relativ schnell lernt zu kommunizieren, weil er eben so verwahrlost ist. Also er ist tatsächlich verwahrlost. Ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass er davon sterben kann. Aber hier läuft kein Counter und deswegen hoffe ich einfach, dass das nicht der Fall ist. Denn ja, er ist sehr, sehr einsam. Und bevor wir jetzt zurück zu unserem Grundstück gehen, wollte ich euch noch eine Sache am PC zeigen, was ich super cool finde. Da habt ihr mich drauf hingewiesen. Man kann tatsächlich über das Web, wenn man recherchiert, seine Genealogie erforschen. Ich habe dieses Wort noch nie gehört, aber in dem Wort so steht gehen. Deswegen nehme ich an, es wird von Genen her geleitet. Auf jeden Fall kann man hier wohl entfernte Verwandte finden und die werden dann tatsächlich auch dem Stammbaum hinzugefügt. Habe ich noch nie gemacht. Fände ich auch super cool. Das könnten wir im Hinblick auf den Vater von Kalem nutzen. Vielleicht wäre das ja irgendwie möglich. Ihr fandet das nämlich sehr, sehr cool, dass wir die Backstory, die ich fürs Intro genutzt habe, auch dann wirklich in die Story von Kalem einbauen. So, er braucht dringend Schlaf und soziale Interaktion. Das erstinkt, haben wir ja gesagt, stört ihn noch nicht so sehr. Deswegen lassen wir das jetzt mal vorne weg. Wir gehen jetzt aber dann direkt mal nach Hause und er düst in sein falsch platziertes Zelt. Denn beim Zelt habe ich schon direkt gegen eine Regel verstoßen, weil wir dürfen ja eigentlich immer nur den ersten Swatch von den Möbeln nehmen. Und ich habe mir die Farbe ausgesucht. Also ich bin einfach clever. Ich würde sagen, damit wir jetzt einfach mal so tun, als wenn das nie passiert ist, gehen wir auch direkt schnell zum ersten Swatch. Ich weiß nicht, ob wir hier auch... Ne, da haben wir nicht die Farbe geändert. Sehr gut. Und dann habt ihr zum Beispiel auch geschrieben, dass ihr es super cool findet, wenn er super viel mit dem Teleskop machen würde, weil er so dann immer versuchen würde, Kontakt zu seiner Mutter aufzunehmen oder was auch immer. Finde ich auch super, super geil. Können wir auch sehr gerne machen. Aber jetzt muss Kalem erstmal eine Runde schlafen, denn er ist wirklich on purpose. Während er darüber trottet, kann ich euch ja auch noch erzählen, dass ihr auch noch eine super coole Idee hattet bezüglich seiner Klamotten, weil er ja jetzt die ganze Zeit noch die gleiche Kleidung trägt. Und wir können ja später, ich glaube, wenn er die Malerfähigkeit weiter aufbaut, da können wir, glaube ich, dann auch noch mal was ändern. Aber ihr hattet auch die Idee, dass er ja... Okay, wird noch mal kurz ohnmächtig. Dass er auch seine Klamotten über Trendy kaufen kann. Und das ist so cool, weil da gibt es ja die wildesten Mischungen. Und er kann dann ja so suchen, so ja, was ist gerade so ein Trend? Was tragen die Menschen? Und hier sind schon neue Sachen gewachsen, aber dafür geht es uns ja zu schlecht. Auf jeden Fall passiert dann auch mal ein Unfall. Und er hat dann wahrscheinlich da quietschbunte Klamotten an oder sowas. Und ich finde, das ist so eine gute Idee, weil ich wollte das Trendy-Feature ja die ganze Zeit schon mal nutzen. Und wo bietet sich das jetzt mehr an als bei Kalem? Deswegen werden wir das auf jeden Fall dann angehen. Warum schneit's denn jetzt? Es ist doch Frühling. Aber vielleicht geht dann noch mal hier dieses Ding kaputt. Und dann können wir daran noch mal ein bisschen rumwerkeln und unsere Geschicklichkeitsfähigkeit steigt. Also eine Win-Win-Situation für nicht alle, aber zumindest etwas aus der Situation genutzt. So, Kalem, 12 Uhr reicht aber, du stehst jetzt auf. Er ist halt immer noch leider in der Schule eingeschrieben, weil ich das noch nicht wieder weggemacht habe. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir gehen jetzt noch mal hier ins Klöchen, also in den Busch. Hopp rein da, super. Und anschließend gehen wir unsere tolle Hunderunde und werden einmal alle Sachen verkaufen. Und auch hier kriegen wir jetzt noch mal 166 Simoleons. Und also das Geld fließt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber wir müssen uns echt jetzt eine Möglichkeit überlegen, wie wir unsere Geschicklichkeit aufbauen können. Weil wir müssen uns ein Haus bauen. Es muss passieren. Ich will mal ganz kurz schauen, dass es immer... Da geht's immer bergab. Da geht's immer bergab. Wenn Nina sagt, ich will mal ganz kurz schauen, dann weiß man schon, gleich ist der Kontostand wieder auf Null. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich mich immer so wenig unter Kontrolle habe. Aber ich will mal kurz schauen, was theoretisch... So ein... Oh, Teleskop kostet 2750 Simoleons. Warum ist das so teuer? Aber das ist theoretisch portabel. Und deswegen wäre das ja eigentlich erlaubt, oder? Und das können wir ja überall mit hinnehmen. Ich guck noch mal. Outdoor Furniture or Portable Furniture. Ja, okay. Also das wäre theoretisch erlaubt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das mal wieder etwas, was so was von absolut unnötig ist? Wo Frau Simfinity mal wieder den Bezug zur Realität verloren hat. Aber ich meine, er ist ein Alien und er hätte gern ein Teleskop. Das macht ihm bestimmt Spaß. Wisst ihr, was wir dann auch machen können? Man kann doch mit den Teleskopen diese Sternenbilder sammeln. Das wäre doch so cool. Weil er da... Oh mein Gott, jetzt schließt sich der Kreis wieder, Leute. Weil er halt auskundschaftet, welcher Planet gut geeignet wäre für seine Mom. Weil ihr wart nämlich von der Idee mit der Wissenschaftskarriere mega überzeugt. Und deswegen kundschaftet er dann halt mit seinem Teleskop immer schon so aus. Was gibt es da draußen alles so? Fantastisch. Und deswegen brauchen wir ein Teleskop, oder? Ich glaube schon. Also gekauft. Ach, ist das schön. So, so schnell kann es mal wieder gehen. Und weg ist dein Geld, Caleb. Aber Leute, guck mal, er wünscht sich jemanden zu küssen. Und das macht mich so happy, weil ich freue mich jetzt schon so sehr auf eine Love-Story. Er möchte sich jetzt selbst reinigen. Also er hat, glaube ich, schon dieses Prinzip verstanden, dass alle anderen nicht stinken. Beziehungsweise anders riechen als er. Und komisch auf ihn reagieren, wenn er in der Nähe ist. Das war jetzt ein bisschen dumm, dass ich das Teleskop gekauft habe, ne? Ich hätte lieber den Schreinertisch kaufen sollen. Wie kann man denn so hohl sein wie ich? Wie viel kriege ich zurück, wenn ich das wieder verkaufe? Wir machen 150 Simoleonsverlust. Warum habe ich das getan? Okay, stopp. Wir müssen ganz dringend in den Park mal wieder und Sachen kaufen. Also holen. Mann, das war auch, Mann, oh. Ja, Leute, also da müsst ihr mir jetzt auch keinen Vorwurf machen. Also, ihr wart das schuld. Ihr habt gesagt Teleskop. Und ich habe gedacht, ja, oh, Mann, oh. Darauf erst mal einen Schluck Kaffee. So, okay, wir drehen jetzt erst mal wieder eine Runde. Oh Gott, das geht uns so schlecht, ne? Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich würde mal diese Stimmung hier wegmachen. Hallo. Ach so, kann ich nicht. Gut. Weil es ihn ja eigentlich nicht stören soll, dass er stinkt. Aber anscheinend kann ich das nicht entfernen. Dann ist okay. Überstock und über Stein, wer wird das wohl sein? Es sind Kalem und Nina auf der Suche nach Geld. Für den Schreinertisch, bitte judget mich nicht. Ich wollte doch nur ein Teleskop. Nicht gesehen. Das hat nichts mit uns zu tun. Ach, Mann. Aber Leute, wir werden jetzt richtige Glücksfunde haben. Ich habe das im Urin. Ich bin heute Morgen aufgestanden und in meinem Urin stand. Heute findest du viele Dinge mit Kalem. Übrigens fandet ihr die Idee mit den Edelsteinen aber super toll. Also, dass er immer die Edelsteine sammelt. Vor allem, weil man das sowieso in der Wissenschaftskarriere braucht. Dass man da halt immer Edelsteine sammelt und so weiter. Und dadurch kann er dann halt diese Leidenschaft zum Schmuckmachen auch entwickeln. Das finde ich ganz toll. Das werden wir dann auf jeden Fall angehen. Bis dahin ist aber noch ein langer Weg. Und wir finden nichts. Leute, ach Mann. Das Spiel ist aber jetzt auch ein bisschen gemein zu mir. Das ist so richtig so, ja, Karma, Nina. Wenn du das Geld wieder einfach unnötig ausgibst, dann gibt es auch keine Sachen zum Ernten für dich. Das ist doch nicht deren Ernst. Hier ist ja nichts. Okay, also wir haben hier schon mal Mickerit. Frösche, wait. Der ist 10 Simoleons. Och, 10 Simoleons. Komm. Macht ein hochwertiges Baby. Let's go. Let's go. Let's go. Und ich weiß, jetzt sagt ihr wieder, Nina, behalt den doch und züchte den weiter. Aber ich möchte mich auf andere Sachen fokussieren. Ich möchte mir das Leben schwer machen. So, das verkaufen wir dann diesen Dingsi, 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 Dings, Dings und das. Guck mal. So schnell haben wir wieder 350 Simoleons. Ganz einfach. Er hat einen Diamant gefunden. Wo ist der Diamant? Hallo? Leute. Oh mein Gott. Mein Spiel verarscht mich. Guck mal. Mein Inventar ist verbuggt. Oh nein. Ich wurde um einen Diamanten betrogen. Da ist er. Never mind. 108 Simoleons. Och, ich würde ihn so gern behalten. Guck mal. Wenn zu Schmuck Edelstein hergestellt wird und mit der Kristalltafel aufgeladen wird, Sim entwickelt wen er seltener Beziehungsängste. Das ist so cool. Das ist ja sowas von cool. Wow. Wow. Aber noch ist nicht die Zeit für einen Diamanten. Es wäre halt auch so süß, wenn er relativ früh schon so einen Diamantring schmiedet und so in der Hoffnung, dass er so irgendwann seine große Liebe findet, der er eben dann diesen Ring schenken kann. Eigentlich wäre das auch sehr süß, ne? Leute, wir behalten diesen Diamanten. Kann ich den? Ja, ich füge den Favoriten hinzu, damit ich nicht wieder irgendwie vergesse, warum ich diese Diamanten im Inventar habe und mir so denke, oh, ich brauche noch ein zweites Teleskop und verkaufe dann diesen Diamanten. Oh Mann, das ist ja so eine süße Story. Und dann hat er die ganze Zeit diesen Ring und er wartet nur noch auf die richtige Person und irgendwann kommt sie und dann ist das Leben schön. Ja gut, das war es jetzt irgendwie auch, ne? Das ist wirklich sehr schade. Ne, da ist noch ein Stein. Stein in Sicht! Übrigens habt ihr mir geschrieben, dass es kein Wal war, sondern Loch Ness. Was? Oh mein Gott. Da ist einfach ein Wal gewesen. Das macht mir Angst. Okay, und einmal Silber haben wir gefunden. Fantastisch. Nicht viel wert, aber auch Kleinvieh macht Mist. Und so haben wir immerhin schon wieder fast 400 Simoleons. Okay, Leute, beruhigt euch. Guck mal, hier ist Sophia Björksen. Sie sieht ja super süß aus. Guck mal, wir sagen jetzt mal Sul Sul, weil wir können ja schon Sul Sul sagen. Und er will halt jetzt einfach ein bisschen Kontakt mit Menschen. Oh mein Gott, und wahrscheinlich reagiert sie richtig doof auf ihn, weil er stinkt. Achtung. Aber sie ist ja voll die süße Maus. Sul Sul! Und? Oh, sie ist nett zu uns. Och süß. Guck mal, oh mein Gott, süß. Die haben direkt so ein Start-off, aber mehr darfst du leider nicht mit ihr plaudern. Es tut mir leid, also mehr kannst du nicht sagen. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Wie wäre es denn, wenn wir Essen zubereiten? Macaroni mit Käse, wie immer. Und wir geben ihr auch eine Portion. Wait, wir gehen mal in eine Gruppe. Und dann schenken wir ihr so eine Portion. Und Sophia wundert sich halt so, kann er nicht sprechen? Ist er stumm vielleicht? Oder was ist mit ihm? Spricht er meine Sprache nicht? Weil er redet halt nicht. Und dann kommunizieren die vielleicht so ohne Worte. Das muss keine Love Interest werden, ne? Aber sie ist schon eine süße Maus. Sie ist schon eine ganz süße Maus. Guckt mal. Also ich weiß auch gar nichts über sie. Also ich weiß nicht, was sie für Merkmale hat und so. Sie ist ja jetzt noch ein Townie, aber halt überarbeitet. Deswegen, schauen wir mal. Kann ja auch nur beste Freundin werden, ne? Oh, warum habe ich denn Macaroni mit Käse gemacht? Ich meinte doch... Oh, heute ist aber wild, ne? Ich wollte ihm das... Er macht doch nur Grillkäse. Oh mein Gott. Naja. Ich bin noch nicht ganz wach, Leute. So, hier. Stopp. Und jetzt nimmst du... Wir nehmen jetzt zusammen ein Gericht. Caleb, ruf sie. Bäm. Bep, bep, bep. Macht er oder so. Oh, aber sie reagiert nicht drauf. Deswegen ist er natürlich jetzt wieder sehr traurig. Und beobachtet die Kinder. Weißt du, Caleb, normalerweise wäre das sehr, sehr gruselig. Wenn man das so außenstehend betrachten würde, dass hier so ein junger Mann an einem Kinderschiff sitzt und die stinkend beobachtet. Und dabei seine Macaroni mit Käse isst. Sie kommt zu uns. Nicht zu viel rein, interpretiert Nina. Nicht zu viel. Sie essen nur eine Portion Macaroni mit Käse zusammen. Aber guck mal. Die ist schon süß. Das ist schon sehr süß, Leute. Das ist schon sehr süß. Alarm. Oh mein Gott. Er möchte unbedingt in Kontakte knüpfen. Caleb, wir werden so schnell wie möglich daran weiterarbeiten, okay? Dass du mit ihr reden kannst. Oh mein Gott. Er weint schon. Es tut mir so leid. Aber guck mal, sie stört es auch gar nicht, dass er stinkt. Und sie stört es auch nicht, dass er nicht mit ihr redet. Es ist sehr, sehr süß. Sie geht toll mit ihm um. Sie fragt sich einfach nur, wer ist er? Wer ist dieser mysteriöse stinkende Mann? Nun gut. Dann werden wir jetzt sagen, äh, bye. Das schreit er auch, weil er weiß nicht, wie man sich verabschiedet. Er hat nur mitbekommen, dass die Leute immer so die Hand heben. Und dann sagt er so, bye. Bye. Okay, mehr können wir leider jetzt auch nicht machen. Also wir können ihr leider nicht tschüss sagen. Deswegen werden wir jetzt mal die Runde auflösen. Das ist schon, also. Weil, wisst ihr, was daran auch süß wäre? Ich glaube, sie wohnt ja auch, wohnen nicht die Björksens eigentlich hier? Aber anscheinend nicht in diesem Spielstand. Aber eigentlich wohnen die Björksens auf dieser Insel. Und man könnte ja so sagen, dass sie halt noch an dieser Insel so voll hängt, weil die dort aufgewachsen ist und so weiter. Und dann sind sie halt umgezogen woanders mit der Family hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die wohnen. Und deswegen verbringt sie eben viel Zeit in diesem Park, weil sie dort als Kind immer war und so. Das wäre schon süß. Just saying. Okay, we are back home in unserem wunderbar gemütlichen Zuhause. Wie schön. Nice to be here. Ich würde sagen, wir gehen heute auch mal früh schlafen. Einfach, damit wir morgen den Tag für uns haben. Kann es jetzt mal bitte regnen? Wann regnet es mal? Samstag. Hoffentlich haben wir bis dahin genug Geld, uns wenigstens einen Schreinertisch zu kaufen. Oh Mann, das ist schon wieder so süß. Er möchte mit seiner Mom in die Wolken schauen. Der arme Kerl. Ist übrigens der nächste Morgen. Und wir sind früh in den Tag gestartet. Das ist sehr, sehr gut. Und er geht jetzt hier wieder seine tägliche Runde. Und er braucht ein bisschen Spaß. Deswegen würde ich sagen, er tanzt mal wieder ums Feuer. Und ich hoffe einfach, dass ihm das Spaß bringt. Los, tanz. Ja, guck mal. Da geht das doch in den grünen Bereich. Ja, also... Ruf mich nicht an. Der ist aber ein Stalker, der Direktor, ne? Wir haben wieder jede Menge Sachen gefunden und werden sie nun verkaufen. Spekonium, die Kapsel, Glockenblume, Erdbärchen, alles Mögliche. 266 Simoleons. Wir nähern uns dem Schreinertisch. Morgen ist Love Day. Oh mein Gott, das wird ihm wehtun, glaube ich, wenn er davon erfährt. Weil er sich ja nichts mehr wünscht als seine Seelenverwandte an seiner Seite. Also gerade wünscht er sich einfach menschliche, beziehungsweise einfach Interaktion. Weil er seit Wochen mit niemandem gesprochen hat. Seine Reise war hart an diesem Ort. Wait, können wir in den Mühl... Oh shit. Wait, wenn wir da was reinschmeißen, kommt da doch eigentlich manchmal was Gutes raus. Aber wir haben nichts zum Reinschmeißen. Wir werden jetzt mal versuchen, weiter an unserer Unbeholfenheit zu arbeiten. Kann uns das vielleicht mal ein bisschen Spaß bringen? Das fände ich schon toll. Dann würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich glaube, ich werde ihn hier, wenn er hier zu Hause ist, auch mal immer in der Alien-Form sein. Ich vergesse es immer, das zu machen, weil ich glaube, das tut ihm gut. Das ist ein gutes Gefühl für ihn. Guck mal, er hat gerade die Angst, die Eltern zu enttäuschen, entwickelt. Und ich wollte es gerade schon weglöschen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Also er hat es natürlich entwickelt, weil er nicht zur Schule geht und so weiter und so fort. Egal. Aber es ist eigentlich schon voll gut, weil er möchte eben seiner Mom eine bessere Zukunft bieten und hat Angst, sie eben deshalb zu enttäuschen, dass er keinen anderen Planeten für sie findet oder was auch immer. Deswegen finde ich das schon ganz gut. Mal gucken, wie lange wir das lassen und wie wir sagen, also ab wann wir das wegmachen können. Weil wir werden ja nicht die Interaktionen machen können, dass wir mit einem Elternteil irgendwie darüber reden oder beeindrucken können oder was auch immer. Deswegen schauen wir mal. Aber jetzt wird er auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen mit seinem Teleskop in den Himmel schauen, denn das bringt ihm auf jeden Fall auch Spaß. Und er hatte ja die ganze Zeit an seine Mom gedacht und deswegen ist das vielleicht so das, was ihn jetzt ein bisschen beruhigt und aus seiner Trauer rausholt, dass er hier so einsam ist. Und er schaut so, Mom, Mami, wo bist du? Und guckt da so in den Himmel und hofft, dass er dann auch seine Mom sieht, die ihm zuwinkt. Aber das ist natürlich nur eine Wunschvorstellung. Aber das bringt ihm richtig Freude. Das ist sehr, sehr süß. Okay, so, jetzt hat er sich ein bisschen damit beschäftigt und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz, wie immer, in den Park. Tut mir leid, dass die ersten Parts jetzt so, ne, sich nur auf dieser Insel befinden. Ich habe das ja, glaube ich, im letzten Part schon erklärt, dass er sich ja jetzt gerade noch so ein bisschen eingewöhnt und er halt zumindest irgendwie die Sprache lernen möchte, beziehungsweise sich so ein bisschen wohler fühlen möchte, bevor er dann die weite Welt erkundet. Also ich finde das sehr realistisch, dass er jetzt eben hier die ganze Zeit im Umkreis von seiner Insel ist. Zumindest bis wir das Charisma-Level erreicht haben. Und wenn wir jetzt dann unser Zuhause bauen können, dann können wir ja auch so langsam, ne, uns besser um unsere Bedürfnisse kümmern und so weiter. Und dann geht es uns besser und dann können wir hoffentlich auch besser Fähigkeiten aufbauen. Aber erstmal gehen wir auch jetzt hier eine Runde um den Block und werden dann hoffentlich noch ein paar Sachen finden, die wir verkaufen können, so dass wir uns dann den Schreinertisch holen können. Und Essen gibt es ja natürlich auch. Ach, guck mal, hier stand sogar ein Teleskop. Ich bin keck, ne? Dann sagen wir einfach, hier hätte noch ein zweites gestanden und er hat das geklaut. Für Geld. Weil er ist ja ein ehrlicher Boy, er hat dann da Geld hingelegt. So ist das gelaufen. Oh nee, die Sachen sind, glaube ich, noch nicht neu gespawnt. Und warte mal, dann isst du jetzt erstmal noch eine Runde Grillkäse. Ist ja ganz klar. Mach mal eine Runde Grillkäse. Ich kann kein Kind umbringen, Leute. Ich kann kein Kind umbringen. Ich kann... Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Dieses Kind hat uns definitiv gesehen. Patrick Swanson. Ich meine, bei einem Kind kann man auch sagen, das Kind hat sich das ausgedacht. Aber Leute, wie soll man bei Kindern damit umgehen? Und wie geht das mit diesem Gedächtnis-Dingsbums? Kann man das, wenn man die dann kennengelernt hat, kann man das tun? Oder also in den Regeln steht, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, das Gedächtnis zu löschen. Erase the poor Sim's memory. Ich weiß aber nicht, ob man das wirklich als Alien irgendwie machen kann. Oder ob das halt nur jetzt so benannt wurde in den Regeln. Aber was soll ich denn jetzt tun? Also Patrick, ich war nur blau angemalt. Okay, also wir sagen, neue Regel, Leute. Aber ich kann keine Kinder umbringen. Das geht nicht. Wir sagen bei Kindern, wenn die uns halt in der Alien-Form sehen. Also das darf natürlich auch nicht so häufig vorkommen. Aber da könnte man dann so sagen, also wenn ein Kind zu einem Elternteil läuft und sagt, ich habe einen Alien gesehen, sagen die Eltern, ja, ja. Geh schlafen, du bist müde, du brauchst einen Nap. Aber wenn das halt Erwachsene oder Teenager oder so sehen, dann ist es natürlich was anderes. Ist ja ganz klar, oder Leute? Warum sind hier jetzt überhaupt schon wieder so viele Kinder? Es ist so gefährlich. Okay, also Patrick Swanson müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten, dass der uns nicht später in die Pfanne haut, wenn der dann zum Teenager wird. Vielleicht müssen wir den dann einfach noch nachträglich umbringen. Spaß, natürlich. War nur ein Witz. Aber das war ja jetzt wieder mal fatal. Das war sehr fatal. Leute, wir hätten jetzt einfach schon die erste Person umbringen müssen, wenn das eine erwachsene Person gewesen wäre. Ihr habt auch geschrieben, dass ihr das gut fändet, wenn wir dann die quasi einsperren würden. Also so nach dem Motto, er will denen ja nichts Böses. So ein bisschen, warte mal, wo ist denn das? Bei Breaking Bad zum Beispiel oder You, bei der Serie You, dass es so ein bisschen so ist, er weiß nicht, was zu tun ist. Er will eigentlich nicht der Bösewicht sein, zumindest am Anfang. Und will die gar nicht umbringen, aber er weiß nicht, was er tun soll, weil seine Tarnung darf nicht auffliegen und so weiter und so fort. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr da noch für Ideen und Vorschläge habt. Also ihr seid da ja immer einfach ganz kreative Mäuse. Oh mein Gott, das war wirklich schrecklich. Mein Herz ist gedroppt. Was ist das denn? Ehrfurcht vor dem Kosmos, weil ein Weltraum geblickt hat. Der endlose Blick ins Universum kann dafür sorgen, dass der Verstand an den Sims wirklich fokussiert ist. Wie schön. Das freut mich für dich, Kalem. So, jetzt versuchst du nochmal menschlich zu pieseln. Guck mal, wie toll du das machst. Und dann geht es dir doch schon fast gut. Komm, gib mir was Gutes. Rosé Gold. Also erstmal das hier ist schon mal sehr gut. 150 Simoleons. Leute, das ist unser Schreinertisch. Let's go. Nice. Okay, jetzt geht es los, Leute. Jetzt geht es los. Wir gedüsen wieder nach Hause. Wir können endlich unseren Schreinertisch holen. Ich tue so, als wenn jetzt alle unsere Probleme gelöst werden. Nee, aber das ist trotzdem eine tolle Sache. Obwohl, theoretisch darf ich diesen Tisch gar nicht kaufen, weil er ist nicht portable. Das fällt mir jetzt gerade erst ein. Aber wie soll ich denn sonst die Handiness-Skill hochleveln? Wollen wir es mal wagen? Ich weiß, ihr denkt euch jetzt alle, Nina macht das Leben nicht so schwer. Aber ich will mal ganz kurz schauen. Ich verstehe immer nicht. Guck mal, ich habe gerade einen Artikel gelesen. Und hier steht ja, in der Bibliothek kann man dann die Skillbücher lesen. Ja, aber immer, wenn ich auf fremde Bücherregale drücke, sind da immer nur so diese Romane. Sind hier andere drin? Nee, genau das Gleiche. Wir gehen jetzt mal, weil es ist ja Nacht. Und nachts traut Calum sich mehr. Deswegen hat er jetzt hier so ein Böhrchen. Und fährt hier drüben in die Bibliothek und guckt, ob er dort ein Buch über Handwerk findet. Weil er kann das jetzt schon ein bisschen lesen, weil Charisma hat er jetzt ja schon gelernt. Und das gehört dazu, ist ja ganz klar, logisch. Nein, aber er hat auf jeden Fall gemerkt, dass er diese Fähigkeit braucht, um sich hier irgendwie ein Haus zu bauen. So, jetzt gucken wir mal. Seht ihr? Das sind genau die gleichen doofen Bücher. Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich eine neue Idee. Er geht jetzt eben so an diesen Computer. Er versteht das überhaupt gar nicht, ne? Was macht er hier? Aber er gibt dann da einfach, also der macht den PC an und gibt dann da einfach ein Haus bauen. Und dann kommt hier ein tolles Buch, was ihm empfohlen wird. Und deswegen kauft er das dann. Leute, ein bisschen muss ich jetzt auch mal hier, ne? Muss jetzt mal laufen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Weil ich finde das ein bisschen besser, weil so umgehen wir quasi die Regeln mit dem Tisch. Wir können den Tisch auf jeden Fall kaufen. Aber ich möchte irgendwie das jetzt auch mal schaffen, ohne dass ich schon wieder eine Regel komplett ausdehne. Deswegen kaufen wir uns jetzt hier dieses Buch und hoffen, dass er damit jetzt einen Vortritt machen wird. Okay, wir haben es und werden nun... Guck mal, überleben ist alles. Das passt ja. Und wir tun so, als hätte der das jetzt auch wieder aus der Bücherei geklaut. Okay, also er hat das Buch so genommen und hat so Geld gehabt und dachte so, ja, so ein Buch kostet bestimmt 75 Simoleons. Und hat das einfach so da hingelegt. Nein, das geht noch nicht. Er versteht nichts. So kann er gar nicht verstehen. Wir können sagen, dass sie so sein Handy irgendwie genommen hat und hat ihre Nummer so eingetippt. Deswegen macht es schon Sinn, dass sie ihn jetzt anruft. Aber wir können noch nicht reden. Das ist also vor allem eine Party, oder? Er stinkt. Das ist schon cool. Das sind seine ersten Interaktionen. Wir reden nicht mit ihr, okay? Wir gehen mit ihr hin, aber wir reden nicht. So, er hat doch gar nicht verstanden, was sie von ihm will. Deswegen hat er nur so... Ja. Ja. Und dann hat sie ihn abgeholt. Und die haben sich beim Park getroffen und die sind dann zusammen da hingegangen. Okay, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich rede mir wieder die Welt, wie sie mir gefällt. Aber guck mal. Oh, ne Tanzparty. Und er liebt tanzen. Er findet Tanzen richtig toll. Deswegen ist es doch schön für ihn, oder? Guck mal, hier hinten ist die doch immer irgendwo, oder nicht? Wo ist denn das nochmal? Ist das nicht immer irgendwo hier im Park oder so? Ist schon sehr romantisch hier, ne? Wait, können wir mit ihr Schach spielen? Reden die dabei? Ich weiß nicht, ob die dabei reden, aber das finde ich super süß. Komm, geht mal Schach spielen. Weil das ist ja das Einzige, was er kann und was er kennt so. Ihr habt auch geschrieben, ja, ach, da ist die Party. Er kennt vielleicht Alien-Schach und deswegen konnte er da halt ein bisschen mitmischen, dass er das halt schon kannte. Und jetzt spielen die dann zusammen Alien-Schach. Also natürlich Schach, aber Sophia, wir spielen Schach. Süß. Und sie redet ihn die ganze Zeit so ein bisschen voll und er weiß immer nicht, was sie sagt. Aber ich fände es süß, wenn sie da jetzt so ein bisschen, er sagt nichts, er redet nicht. Hört ihr? Also ich höre gar nichts. Guck mal, und er hat auch direkt Ängste, ob sie ihn versteht und das ist alles so schwierig für ihn. Und er fühlt sich halt wohl, dass er, guck, er singt ihr jetzt so ein Lied vor auf einer anderen Sprache und sie denkt sich so... Äh, wir haben ein Problem. Wir haben ein gewaltiges Problem. Wir haben ein ganz gewaltiges Problem. Können wir ihr Persönlichkeit analysieren? Können wir ihr Gedächtnis löschen? Oh mein Gott. Wie geht das? Wer geht? Nein, nicht mehr gehen. Scheiße, das ist, weil er die Aura hat. Leute, so sehen die dann, dass sie Aliens sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie, wie lösche ich das Gedächtnis? Ich muss es googeln. Sims 4. Eray. Alien. Erase. Memory. Ah. It appears as a mischievous interaction. Okay. 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 Und Fug? Gedächtnis löschen. Leute, wir müssen es tun. Weil ich kann sie nicht umbringen. Sie ist so nett zu uns. Aber sie darf nicht wissen, dass wir da jetzt sind. Oh mein Gott. Das ist so aufregend. Ich kann nicht mehr. Okay. Will das schon ihr Gedächtnis? Oh oh. Oh oh. Das findet sie bestimmt gar nicht gut. Oh nein. Ich wollte doch nur ein bisschen Schach mit ihr spielen. Oh shit. Sie haben sich so gut verstanden. Alien. Ach Alien. Sag ich schon. Kalem. Du musst ihr Gedächtnis löschen. Oh oh. Oh no. Oh. Oh. Wo kam denn jetzt das Kokette her? Oh. Habt ihr das gesehen? Da war ein Herz. Und er mag Unfug nicht. Das zeigt, dass er das nicht mag. Also er mag nicht seine Alien Power nutzen. Aber er musste das jetzt tun. Und das finde ich gut. Er darf das nicht mögen. Warum haben die denn jetzt... Hä? Warum ist denn da jetzt Romantik im Busch? What? Oh mein Gott. Und jetzt weiß sie nicht mehr, dass wir ein Alien sind? Wir haben die ganze... Unsere... Wir mussten alles löschen. Sie kennt uns nicht mehr. Wie traurig ist das denn? Oh mein Gott. Und Kalem muss wieder abhauen. Oh mein Gott. Äh. Ich muss weg. Ich muss ganz dringend weg. Lass mich... Oh mein Gott. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Kalem, es tut mir so... Oh mein Gott. Guck mal. Erkennt sie? Das muss ihm so wehtun. Das muss ihm so unfassbar wehtun. Dass er das erste Mal jetzt auf der Erde das Gefühl hat, okay, da ist jemand, der mich wirklich mag und ich möchte mit mir Zeit verbringen, weil sie hat ihn ja gefragt. Und dann findet sie so schnell heraus, dass er ein Alien ist und dann muss er ihr Gedächtnis löschen. Und dann ist sie jetzt natürlich total sauer, weil er, weiß ich nicht, weil eigentlich kann sie sich ja nicht daran erinnern, dass er das gemacht hat. Aber sie ist halt jetzt sauer, weil sie mit einem Fremden am Tisch saß, hat dann so gesagt, Zulzul. Und sie sagt, wer bist du? Hallo? Was willst du von mir? Warum redest du nicht mit mir? Und er redet nicht mit ihr. Und dann, ach Gott, Nina ist schon wieder zu tief in der Story drin. Aber er geht jetzt einfach schlafen, weil das für ihn halt einfach ganz schlimm ist, dass er das jetzt machen musste. Und oh mein Gott. Immerhin, Leute. Immerhin haben wir ein Buch und werden dann hoffentlich im nächsten Part an unserer Geschicklichkeitsfähigkeit arbeiten und hoffentlich auch weiter an unserer Charisma-Fähigkeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch eine Story mit Sophia wünscht, weil eigentlich finde ich, ist das die perfekte Basis. Es ist so süß, weil das wird er ihr dann vielleicht später nochmal erzählen. Also die können sich dann halt nochmal anfreunden und er tut dann so, als wenn er sie das erste Mal kennenlernt. Und dann sind die richtig gut befreundet und so, vielleicht noch mehr. Und dann sagt er dann hinterher so, hey, ich muss dir was sagen. Wir kannten uns schon mal und ich habe dein Gedächtnis gelöscht. Und dann ist sie sauer und dann ist Drama und wie in einer tollen Story. Schreibt mir gerne eure Ideen und Vorschläge in die Kommentare. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Also ist das ja wirklich wieder... Ich habe ja gesagt, ich brauche immer ein Drama-Let's Play und dieses Let's Play ist wieder Drama pur. Und schreibt mir unbedingt auch, wie wir das mit den Kindern handhaben sollen, weil wie gesagt, ich kann keine Kinder töten. Das geht nicht. Und das mit dem Gedächtnislöschen geht halt wirklich anscheinend nur, wenn die Leute gezielt das erkannt haben. Jetzt ist natürlich die Frage, sehen wir nur das, als wirklich... Er hat mich als Alien erkannt, also nicht so, wie die Kinder ihn so vom Weiten gesehen haben. Oder immer, wenn jetzt zum Beispiel hier jemand auf dieses Grundstück kommen würde und würde Kalem sehen in seiner Alien-Form, aber es käme nicht dieses Pop-Up von Sims selber, würden wir dann sagen, okay, er wurde als Alien erkannt oder eben nicht. Wisst ihr, wie ich das meine? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie wir das handhaben sollen. Oh mein Gott, das war so eine tolle Story. Es hat mir so viel Spaß gemacht schon wieder. Ich freue mich jetzt schon wieder sehr auf den nächsten Part und wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.